Hallo und herzlich willkommen bei Phantom. Und zwar zeige ich euch heute, wo ihr den Hängegleiter finden könnt. Es ist recht easy. Ich habe euch einmal eine interaktive Map mit in die Videobeschreibung gepackt. Die zeige ich euch auch einmal jetzt. Da sind wir auch schon wieder. Wenn ihr den Link geöffnet habt in der Videobeschreibung, habt ihr einmal dieses Bild vor euch. Und könnt einmal detailliert alle Sachen sehen, die auf der Map versteckt sind. Beziehungsweise auf der Map verfügbar. Ich zeige euch jetzt einmal kurz auf der Map-Location, wo die Hängegleiter sind. Es gibt nämlich sehr viele Location-Spots. Dafür macht ihr Hide All. Geht auf hier unten links Equipment. Gebt hier oben bei Search Glider ein. Für Hängegleiter. Geht auf Suchen und habt dann einmal hier die jeweiligen Spots, wo der Hängegleiter ist. Und wir nehmen am besten einmal den hier. Der ist recht zentral in der Map. Nun sind wir auch im Spiel. Hier angekommen beim Ice Cave. Könnt ihr einmal auf der Karte gucken. Ich habe mal rausgesoomt. Wir sind jetzt mitten im Berg beim Fluss. Direkt vom Ice Cave. Jetzt gehen wir einmal über den Fluss. Ich zoome auch näher ran, damit ihr es besser sehen könnt. Gehen am Zelt rechts vorbei. Gehen den Berg hoch. Und haben hier direkt ein neues Camp. Und nicht nur das. Hier ist auch der neue Hängegleiter, der im Spiel implementiert wurde. Dann noch einmal kurze Steuerung. Wir haben die Tasten W, A, S, D zum Steuern des Gleiters. Mit A fliegt ihr nach links, mit D nach rechts, mit S nach oben und mit W nach unten. Der Hängegleiter kann nicht ins Inventar reingesteckt werden. Es ist also ein Item, welches ihr jederzeit aufnehmen müsst und dann benutzen könnt. Ansonsten ist es recht simpel. Ihr nehmt den Gleiter, geht an einen Abhang und springt davon ab. Den Rest macht der Gleiter von selbst. Und mit dem Gleiter lässt es sich super fliegen und ihr könnt gut weite Distanzen ohne Probleme bewältigen. Nun zeige ich euch das noch einmal in der Praxis. Wie ihr sehen könnt, lässt er sich sehr, sehr gut fliegen und einfach manövrieren und kann sehr schnell von A nach B gleiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch, ein Abo da und wenn ihr Bock habt auf noch ein weiterer Tipps und Tricks Video oder News von Suns of the Forest, lasst auch gerne einen Kommentar da, gerne auch mit Feedback. Das war euer Phantom. Ciao, for now.